Mit einer neuen Sendung möchten wir euch verborgene Garagenschätze auf Mobil TV 22 präsentieren. Vom Sportwagen, Oldtimer, Sonderkraftwagen, Motorräder sowie Skurriles der Mobilität auf TV 22. Diesen Bericht präsentiert euch Liqui Moly, Öle, Schmiermittel, Additive, Reinigungs- und Pflegemittel. Es gibt heute wunderbare Garagengeschichten im Allgäu im Südbayern, wo wir heute bei Engstler Motorsport sind. Automobil Engstler und Luca Engstler und Franz Engstler werden uns heute wunderschöne Geschichten präsentieren über ihre Sportwegen, Rennfahrzeuge, Oldtimer und die Erfolge, die sie eingefahren haben. Engstler Motorsport in Wiggensbach. Wir freuen uns auf die Geschichten. Mobil TV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Wir sind in Wiggensbach im Luftkorrort im südbayerischen Allgäu. Luca Engstler, der Vollprofi ist im Motorsport und er zeigt uns im ersten Teil die Rennfahrzeuge, die er bewegt hat. Luca, es ist eine Zeit her, wo du Meister geworden bist vor zwei Jahren. 2021, 2021, drei Jahre ist schon her, wo du den DCR-Meistertitel eingefahren hast mit dem Auto. Ja, eine Zeit höher als 23-Jähriger, hört sich komisch an, aber ja, es sind doch leider schon ein paar Jahre her. Das sind sozusagen meine Schmuckstücke. Bei mir kommen Erinnerungen hoch, das war mein allererstes Auto mit Hyundai damals, was wir im ersten Jahr 2018 in der TCR Deutschland eingesetzt haben. Das ging dann zwei Jahre nach Asien, wo wir zwei Titel eingefahren haben, dann ein Jahr nach China, wo wir einen Titel einfahren konnten. Ging dann wieder zurück nach Deutschland, ist wieder neu aufgebaut worden, dann haben wir in Deutschland einen Titel gewonnen. Und dann haben wir gesagt, okay, das Auto darf nicht verkauft werden, das muss schön hergerichtet werden und dann kommt es hier gleich in die Ausstellung. So soll es sein, die Garagengeschichte. Und hier haben wir die Geschichte dazu mit diesem Auto. Und wenn man das so hört, die TCR, German, wie das damals begonnen hat, da war ja dein Papa sehr involviert. Der Fundsängsler, der hat die TCR in Deutschland groß gemacht. Genau, ja, er hat das Projekt quasi ins Leben gerufen als Veranstalter, hat parallel dann noch ein Team eingesetzt, wo wir zu Höchstseiten bis zu sechs Autos am Start hatten. In Summe waren es teilweise 42 Autos am Grid, also es war wirklich, würde ich sagen, eine der besten Serien, die es da weltweit gegeben hat. Alle Jungs, die jetzt irgendwie DTM oder WEC oder GTWC fahren, sind irgendwann mal in der TCR Deutschland gefahren und da dann einen Titel einfahren zu können, war eine coole Geschichte. Und ihr habt den Titel drei Jahre lang hintereinander geholt? Ja, auch als Team waren wir sehr erfolgreich, wo ich dann schon meinen Schritt in den GT3-Sport gemacht habe. Dann haben wir es geschafft, als Team nochmal den Titel zu holen und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir das im GT3-Sport auch bald mal anfangen, einen Titel zu gewinnen. Ja, und da haben wir nicht nur dieses Fahrzeug, sondern den Hyundai, sondern auch einen Golf und mit dem Golf warst du auch früher viel am Weg. Genau, das war quasi das erste Auto im TCR-Sport, mit dem alles angefangen hat. Mit dem haben wir die erste Pole eingefahren, den ersten Sieg eingefahren, den ersten Junior-Titel eingefahren und haben jetzt angefangen, gerade erst vor kurzem das Auto wieder frisch aufzubauen und im Design folieren, wie wir es in Asien gefahren sind, aber dann auch zur Hälfte, wie wir es in Deutschland gefahren sind. Und jetzt die beiden Autos hier zu haben, ist natürlich ein cooles Gefühl. Ja, stehen diese zwei Autos hier und ihr habt es ja heuer im Sinn, 2024 die TCR wieder ins Leben zu rufen und die Serie wieder aufzubauen. Genau, ich denke, dass es auf jeden Fall irgendwie sein muss, dass TCR-Autos auch in Deutschland wieder fahren. Man sieht, in Italien läuft es nach wie vor sehr erfolgreich. Es sind Top-Autos, gerade für junge Leute, den Einstieg zu schaffen und vielleicht das Sprungbrett in Serien wie eine GT Masters, DTM oder GT WC zu machen. Es ist nur richtig Racing, Tür an Tür. Ero noch nicht so ein Thema und ich muss sagen, dass ich ab und zu die Rennen schon vermisse, wo du dann eigentlich ringsherum den Koffer platt fährst, aber trotzdem nur Purpose-Sektoren fahren kannst. Das geht dann mit den großen Autos leider nicht mehr. Dann wird es dann teuer. Drei Generationen Motorsport bei euch im Hause Engstler Motorsport. Der Opa, kannst du dich noch erinnern, wo der gefahren ist? Ja, der hat mit Bergrennen angefangen und hat dann früh eigentlich das Zepter an meinen Dad übergeben. Der hat dann hier diesen Palast hingesetzt und hat da Tag und Nacht gearbeitet, um sowas aufbauen zu können. Und ich bin jetzt in dritter Generation, versuche es weiterzuführen mit unseren tollen Leuten, die wir hier haben und versuche mir natürlich parallel eine Karriere als Fahrer aufzubauen beziehungsweise weiterzuführen und es wird nicht langweilig auf jeden Fall. Es wird nicht langweilig und es gibt auch viele Geschichten dazu zu erzählen und jetzt gehen wir zum Teil 2 über. Da gibt es einen Formel 3, mit dem der Papa, der Franz, gefahren ist damals und mit dem BMW in der WTCC, wo er Weltmeister geworden ist. Genau, 2014 war das. Diesen Bericht präsentierte euch Liqui Moly. Öle, Schmiermittel, Additive, Reinigungs- und Pflegemittel.